Erkelenz-Gerderath Heute Morgen, am Dienstag, den 11. Dezember 2018, ging kurz nach zwei, wurde der Geldautomat der Volksbankfiliale in Erkelenz-Gerderath gesprengt. Durch die Detonation wurde die Scheibe aus dem Rahmen gesprengt und die Splitter flogen quer über die Lauerstraße. Im Gebäude selber kam die Decke herunter und die Räumlichkeiten wurden stark beschädigt. Ob die unbekannten Täter Geld erbeutet haben, ist noch nicht klar. Zumindest wäre der Weg zum Geldautomaten beschwerlich gewesen, da die Decke auch über dem Geldautomaten heruntergekommen ist. Wir müssen noch etwas festlegen, das Geldautomaten nicht. Wir verbuchen mal ein, weil wir jetzt noch Zyperdekke auf die Dautomaten sind, also das wäre gewesen, da lassen können. Wir müssen noch vieles vertrengen, aber nicht mehr vor Ort, ich glaube, dass wir mit Strenkstoff oder mit Gasverbrauch vertreten. Wir gehen ein bisschen weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.